Grüß euch liebe Fans, liebe Leute, heute wollen wir mal ein bisschen was von euch wissen. Genau, wir wollen wissen was gefällt euch denn an Daheim ist Daheim. Genau, oder vielleicht gibt es auch irgendwas was euch nicht so gefällt, vielleicht habt ihr Anregungen und Tipps. Genau, lasst einfach euren Kommentar da, wir freuen uns drauf. Genau, pfiat euch. Servus. Grüß euch liebe Fans, liebe Leute, heute wollen wir mal ein bisschen was von euch wissen.